Ja hallo Martin! Besten Dank für die Nominierung zur Cold Water Challenge! Ja du Arsch! Ich hab dir eigentlich geholfen und stattdessen Nominierst du mich? Aber ich hab mir gedacht wir machen mal was Neues und machen mal eine Combo-Challenge an Bord und da hab ich mir jemanden mit ins Boot geholt. Hey Martin! Danke für die scheiß Nominierung zur Cold Water Challenge, aber wir nehmen die Herausforderung an und mit unserer Combo an Bord werden wir dir jetzt das Wasser reichen und zwar kaltes. Aber so richtig! Nicht dass du denkst wir würden jetzt jeden scheiß machen. Wir haben uns was richtig geiles überlegt. Wir zeigen euch ein bisschen was von Haaren und jetzt werdet ihr gleich sehen wo es hingeht. Hatten Arsch ne? Schön genug oder? Was haben wir denn getan? Ich weiß es nicht. Der will uns nur leiden sehen. Das ist die ganze Scheiße ey! Also das einzig geile ist ja, dass wir hier im Pool das übergeilste Wetter natürlich für euch bestellt haben und natürlich auch für uns. So dass wir glaube ich gut damit zurecht kommen einfach mal ins kalte Wasser zu steigen. Dieses Cold Water, dieses Cold Water Ding einfach mal anzunehmen und ja, lass ich nochmal erzählen. Richtig einzumachen ne? Kein Thema. Bisschen stark oder was? Das kommt später in die Outlakes, oder? In die Outlakes? Wie heißt der fucking Season? Ja, dann legen wir mal los, wa? Aber ins kalte Wasser. Wir könnten ja jetzt auch hier rein spielen. Aber das wäre viel zu einfach. Wir brauchen was Bessermes. Was richtig hartes. Schnapp. Wir könnten ja auch in diesen geilen Pool springen. Aber das blummert uns ein bisschen zu viel. Das Wasser kann schon sprechen. Ja. 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 Nachricht. Das ist viel zu geil. Das ist zu warm. Das ist viel zu warm. Das ist einfach geil. Nein. 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 Schnipp. Wir können doch hier runter springen. In die scheiß braune Suppe. Ja. Schön mit Doppelrückwärtssalto. Keine Ahnung was. Schön Flickflack. Aber. Das ist nicht das Richtige. Wir sind zu alt für so ein Scheiß. Immer. Oder hier. Wenn schön Triple Salto. Oh yeah. Nee. Das ist nicht das Wahre. Das wollen wir nicht. Wir brauchen mehr. Wir brauchen mehr. 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 Wir hätten natürlich auch einfach von der Brücke da springen können. Ja. Ja. Da oben. Aber. Nee. Nee. Oder? Oder? Wo sie gerade oben ist. Naja. Wir lassen's heute mal. Wir brauchen's. Viel härter. Kälter. Und viel kälter. Schnipp. Wir könnten auch damals springen. Aber das ist immer noch nicht kalt genug. Oh. Nee. Ist nix. Ist nix. Aber. Bietet sich an. Wir nehmen uns hier die volle Dröhnung. Schön in die Waschstraße. Aber nee. Das ist auch was. Kälteres. Und. Viel besseres. Guck was ich da an. Schnipp. Wir könnten auch hier dieses Wasserski machen. Oder? Schön auf dem Board eine Runde drehen. Ja. Oder dieses geile Wasserspringen. Oder den Kopf direkt in die Fontäne halten. Einfach rein. Hier. Seht ihr die? Hammer geil. Oder hier ein bisschen. Hier. Nee. Ist auch ein bisschen voll. Und bei so vielen Menschen. Wisst ihr selber. Das Wasser ist ganz schnell warm. Das geht gar nicht. Wir brauchen richtig. Ah scheiße. Kaltes Wasser. Richtig. Und so machen wir das auch. Ja. Warte mal eben ne Minute. Scheiße. Schnepp. Schnepp. Wir könnten auch einfach in den Nackernsee springen. Aber. So mit Anlauf und so. So mit der Saltoos durch den Sand und so ne Scheiße alle. Dass wir uns überschlagen und voller Dreck im Wasser landen. Und ihr seht, ne? Habe ich euch so gedacht? Yeah! Also sagen wir auch hier NEXT! Wir brauchen viel viel Cooleres! Und Kälte! Cool ist alles! Kalt wie ein Eisbär! Eiskalt? Eiskalt! Eisi! Schnips! Schnips! Ja, wie gesagt, unser Scheiß geht härter! Wir machen mit Eis! Scheiß auf kaltes Wasser! Also, her mit dem Eis Leute! Her mit dem Eis! Schuss! 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 Aber! Das reicht uns ja auch noch nicht, ne? Oberkörper muss ja auch ein bisschen was werden! Halt! Es ist ja ein Cold War! Cold War! Ja, nominieren müssen wir ja auch noch! Ich nominiere einmal... Rita von... Nee, von dolly-doc.de Dann... Herm von... Heru-Räder... Und... Benni von der Wasserski-Anlage Schloss Langkamp! Das wäre nun eins! Und... Ich nominiere... Hankhofer, Emsland Solar! Und... Äh... Außerdem noch... RS hoch 2! Viel Spaß bei der Cold Water Challenge! Ach ja, genau! Wir wollen ja grillen! Verkackt das bloß! Wir wollen ein gleichwertiges Video! Sonst gehen wir grillen! Auf eure Kosten! Mit euch! 72 Stunden! Oder 48 Stunden! Das ist Wochenende! Ich weiß es nicht! 48 Stunden! 48 Stunden! Wir machen das ja auch hier in der harten Version! Ja, das ist die harte Version! Guck mal die Füße an! Ah! Mein Putt ist schwarz! Ha! 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 Lass mich auch mal ziehen! Ha! 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 Finished! Ha! 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 Und einer fehlt ja noch! Marco Berenteck! Kava Shop Berenteck! Viel Spaß! Paar Kackes! Damit wir bei dir grillen! Viel Spaß bei der Cold Water Challenge!